moin moin und willkommen hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge psychonauts 2 der letzten folge haben wir uns geld bemächtigt hier im casino und zwar haben wir eine gazillionen verdient beziehungsweise von jemanden bekommen und jetzt müssen wir noch zwei haben wir brauchen drei gazillionen um irgendwo rein zu kommen wir haben hier drin waren wir schon das haben wir schon gemacht ja da mal rein was es da gibt ok ok pelinco steht da pelinco was bedeutet das dann los ich will mal ganz kurz eine einstellung machen das dunkle ist überschattet das alles hier doch hier haben wir da rein wir brauchen hier wie man sieht wir brauchen 106 von diesen dingern die alle finden können weiß ich nicht hier weiter ok rum gucken was wir überhaupt machen sollen ich weiß noch nicht noch einer wir müssen mit jemandem reden damit herausfinden wie wir hier geld verdienen können pass mal auf das gar nicht sagen wir ja jetzt hier haben wir den besitzer hier welcome to pelinco game of luck and skill can you get the patient to take her bitter pill um das mal coole barkeeper der uns drogen verabreicht ok 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 das kenne ich von habe ich selber schmarrisch zu die frage wohin soll ja natürlich zu diesem herzteil da das kurde das ist noch die stammel ok wo ist der bauch hier ist es ja drüben und dann schreiben ok da müssen wir halt immer das herzbein machen warte mal locker und jetzt ok 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 jetzt kriegen wir ein bisschen was aber es ist nicht dass sie es haben wollten ok wir probieren es nochmal ok ha 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 wow he looks like an injectable but really he's just a pill what are you two doing here you think we're going to let you go alone and get all the extra credit points i'm just here to gamble well stay away from this game there's only one spot on the board that pays out and it's totally blocked it's like your heart is in the wrong place hey i'll bet i could morris norma oh da hm hey johann hat sie gerade weggenommen you'll never win by quitting yeah it's all just a matter of betting on the right power don't listen to him sonny come talk to me if you want some true wisdom hmm hmm well my formulas can be wrong here maybe circuits must have a book in them ah from email lucks got nothing to do with it son i win with my brains i got math on my side a formula for me hmm hmm victory hmm hmm wouldn't the wisest choice be you know not gambling hmm 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 yes yes come on one more rest sometimes the path to enlightenment is not straight and simple ups now i'm just reinforcing their old bad thought patterns okay okay i want another shot okay i'll just need you to spring just a bit okay los geht's nervös not really not really good that's good sometimes you need to swallow your feelings to get through life nein ah good just a bit stop i gotta get this pill to the stomach just a bit stop i gotta get this pill to the stomach nein komm bitte oh komm schon komm da rein okay aber das bring ich jetzt nicht so viel anscheinend hoch da hoch da rein ich wollte ein höher bitte oh schade okay hm also man kann es ein paar mal probieren um die Sachen zu bekommen wo man hin will aber wir müssen glaube ich mit anderen Leuten auch noch reden hier das kriegen wir sich hin hier mit ihr auch nochmal natürlich so sie gibt uns auch ein paar Pfade vor das klingt nicht so eine smarte Art zu machen um mich zu machen so so vielleicht muss man hier noch jemand sein irgendwie wo man da fragen könnte hm warte mal ah er hier hinten so vielleicht sollte man sich zu verhindern wer sagt ich bin vor so ich habe so viel Geld in diese Maschine ich kann es einfach nur hinterlassen eigentlich glaube ich es ist wichtig zu wissen, wann zu verhindern besonders wenn sie mit ihrer Großmutter so pass mal aus wenn wir also gibt's noch raus frei ist halt entscheidung Ah, guck mal. Urteilsvermögen taucht auf. Urteilsvermögen ist ja keine Option, also genug. Urteilsvermögen. Und da was ich. Das ist noch nicht so einfach. Ah, okay. Okay. Ich denke, es ist nicht wirklich schlecht. Wenn es richtig ist. Okay. Moderation. Das ist nicht so ein noveles Konzept. Moderation. Das ist jetzt der richtige Weg zur Erfolg. Okay. Das muss gewesen sein. Hm, das stimmt. Okay, jetzt sind wir hier. Das ist auch gut. Okay. Das machen wir eine bessere Verbindung aufbauen. Aber erst mal. Dann kann ich auch nicht raus schießen. Was? Ich bin noch nix wo hin, ne? Äh, sind die rausgehüpft? Da ist die gar nichts mehr. Ach, da oben ist das. Okay. Das habe ich nicht gesehen. jetzt aber da kann man nichts machen da oben ok Ok. Oh, wir werden das Ding da durch. Ich bin da drüber. Ok. Heilen? Gefühle verstecken? Ja. Gefühle. Du weißt, ich denke, dass alle diese Gefühle mir ein bisschen ... ... Ingestion. Ok. Ah, das Herz geht zurück. Jetzt können wir zum Bauch kommen. Sehr gut. Ok, dann lassen wir mal. Sehr gut. Ich brauche noch eine ... ... Chance. Natürlich. Ich meine, du kannst es immer wieder verlieren, oder? Okay. Na ja. Find man schon, aber ... ... wir versuchen es jetzt ohne. Hui. So, jetzt mal gucken. Ich bin ein Doktor. Aber ich weiß, was ich mag. Und ich mag das hart viel besser, als du. Nein, ich wollte doch dies ... ... ich wollte eigentlich nur Pinkpointer. ... ... ... ... ich wollte eigentlich noch von diesen erscheinungen und die falschen erscheinungen damit wir die vielleicht noch mitnehmen können aber na gut schulter helps the medicine go down i guess you're going down alright was the boss finds out about this but you ain't taking me with you da ist die gazillion gazillion gut jetzt wird uns noch eine die haben wir auch geschafft ja ja ich mache nur noch ein paar die oh hier gibt es Leben ist gut sieht es aus wie eine ernanstalt hundertprozent gesammelt erinnerungsstrom doktor potz wird geknackt ja okay das wäre das wäre die rache von ihr wahrscheinlich okay dann die we want you das hört sich an dass wir dann bei den dings gelandet ist bei den wir heißen ja mal okay mehr kann ich gar nicht machen alles Leben gibt sie bei den zeugen jehovas gelandet ist oder er oh nein gehört zu spät für den tags okay wir haben ja noch mehr würfel seiten auf die nächste so gut welche seiten haben wir noch die haben wir schon gemacht kardiologie dann kommen wir auch wieder da raus okay hier passiert nicht so viel würde ich sagen ah da ist ein computer das will er uns sagen warte mal warte mal gut sein so ein rand aufgestiegen hatte hätten wir auch was gefunden naja jetzt zu spät war hätten wir beim anderen auch was gefunden kann sich sein ob wir leben und kohle hier ist da haben wir noch ein für freut sich die gute lieber raus und gehen andere fache so viel haben wir aber hier drin ich weiß es gar nicht das letzte gerade eben naja ich glaube da war noch nicht drin jeder war nicht gut je to patient ist auch karo transe klaus ja auch schon wieder weg also irgendjemand schnappt die doch immer weg hier ist ja wieder irgendwas hauschen hallo täscher wir haben ein kleiner für dich so wir können mal gucken wir können bisschen aufsteigen auf jeden fall und können mal gucken was wir machen können also wir haben jetzt drei das heißt wir können irgendwo was noch stärker machen telekinese flinke hände die abflinkzeit zwischen den rausziehen ok geistige blockade schweben ok also wir machen das ding mal einen fetteren schlag da drauf ist natürlich schlecht gut so wir müssen hier mal reden hier glaube ich ich muss ich muss meinen herzen folgen ich muss meinen herzen folgen was? hast du die jungen gesehen? hey, niemand kann immer wieder verlieren, richtig? du wirst nicht die jungen herzen und sie sind weg komm zu der finisleine und es sind diamond days für den gewinnen ok, schon wieder karo ok, wir müssen irgendwas machen wir müssen hier mal rein zum karo club irgendwas haben wir bestimmt hier angestellt ok, da kann man nicht rein ok, das ist das letzte bett runners, zu Ihren startgarten preparen die patienten für den examen und sie sind weg ja, irgendwo muss es ja einen weg geben, wie wir das beenden können da, das ist andauernd ah, hier kommt das los, geht's los, ok gut, sollen wir die auch rein hier da haben wir vielleicht, guck mal hier sind ganz schön viele von denen immer überall, ne? das kann man die also das macht schon Sinn, die mal allein zu sammeln aber, ähm ach ja, keine Ahnung, dass es immer so viele sind so und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen wir fragen mal, was mit Herz los ist hey, are you sure you should be racing? my doctor told me I have to stay off this leg but he's also my boss and he told me that if I miss another race I'll get fired oh das war natürlich na dann lieber wieder raus mit ihnen, das ist schrecklich was ist was ist, wenn ich für sie am rennen teilnehme na klar yes, but I can't race looking like this well, there's a change what am I saying that's impossible this is just something I need to do ok ich bin dafür da, um das Unmögliche möglich zu machen oh oh oh, different race same runner I can do this on my own I don't need anybody's help I can't need anybody's help oh I hope that's not true because I ask for help all the time haha I'm not so cool wie Holly oh ok 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 Oh, verdammte Axt. Hat mich doch runtergeschleudert. Dieser Sack. Okay. Irgendwie so ein Lila oder Rosana war da noch irgendwo, wo ich gerade runtergefallen bin, oder? Wo war das Ding? Hier runtergesprungen, da sah ich den. Aber ich habe mich auch betäuscht. Hm. Hab ich da nicht so ein Lila gesehen? Obenlängst vielleicht? Naja, hier ist auch nicht. Dahinter ist noch das andere Leuchten, aber da müssen wir nachher noch finden. Okay. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Gucken wir mal, wenn wir hier weiterkommen. So. Muss ja irgendwo da so einen Nupsi geben, wo ich mich reinbiegen kann. Da. Gewinnen. Mit Hilfe? Leben ist mehr als ein Relay-Race, als ein Windspint. Manchmal müssen wir wissen, wann es Zeit ist, den Baton zu passen. All ich muss jetzt machen, ist ein Bett auf den Harten. Und dann... ein Herz-Place in der Race. Okay. Dann gucken wir nochmal. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, ich muss mit meinem Herzen fallen. Halt. Halt. Du hast nie gelernt, oder? Du hast nie gelernt, oder? Diesmal für sicher. Okay. Das ist die letzte Bete. Okay, man erkennt mich nicht mit dieser Tüte niemals. Halt. 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 Verdum. Halt. In Sportsitation, chưa zu Capac type. Halt. die letzte Hammergut so okay wir öffnen gleich und zwar gleich sofort in der nächsten Folge ich bin gespannt was uns da jetzt erwartet vielen Dank fürs Zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin Tschüss bis dahin